Oh Alter, boah ey, diese Vollidioten. Gerade wenn du Darkov spielst. Ich bin jetzt gerade so erschrocken, Alter. Ja genau, wir sind hier am Exit-Hitningsporn. Okay, du bist Redelsführer. Achso, das ist hier South Exit. Achja. Da müssen wir jetzt erstmal arschweit vorrennen. Der Meier... Du hast ja dann auch schon EMC sporen, ne? Ja, an dem Tunnel, ja. Der Meier hing irgendwann mal hier zum Fels, habe ich gesehen. Nicht hier, irgendwo weiter ein bisschen so mittig. Und hat von da oben alles abgeschossen. Das war auch richtig mieses Versteck so. Gibst du ein bisschen Loot? Wie hat sich schon mal auskennt? Also mit Loot machst du Benching nichts vor. Hier ist auch ein Duffelbeck, das ist vorbei. Was ist denn das? Ey Matze, warte mal, warte mal. Weil ich hier gerade gebast bin, wir müssen erstmal essen und trinken. Oh, du hast recht, du hast recht. Alter Schwede. Du sagst es. Beim Fressen und Saufen in Stückel geschossen, Moppen. Hm. Du hast ja gleichzeitig im richtigen Leben auch was zu dir genommen. Ja. So, ich muss mal weiter vor. Aber ein bisschen süß ist das schon, das Zeug. Ja, na klar. Aber es schmeckt halt. Ich denke mal, die Flasche, wenn ich die leer habe, zum Hals raushängen. Und da ich gar nichts gewohnt bin, fängt es schon jetzt an sich zu drehen. Nach einem Gläschen. So, hier ist der Tüttel. Mhm. Ich würde so ein bisschen unterhalb gehen. Das war nicht so. Ich habe halt immer kein Vertrauen jetzt in der Map, überall Minen und den ganzen Scheiß. Ja. Das ist zum Glück eigentlich eher auf dem anderen Areal, wo man dann über die Brücke geht. Achso, der nördliche Bereich. Da müssen wir nicht hin, ja. Du musst jetzt, da siehst du so ein bisschen rechts oberhalb, siehst du das so, da ist so ein Maschendrahtzaun mit Farnrätzen dran. Dahinter liegen die Leichen, da müssen wir jetzt hin. Ah, okay. Wir müssen jetzt oben hier rechts rüber. Ey, hinter uns. Der hat mich ein Stück geschossen da unten. Was ist denn, Benji? Ey. Wo ist er hingelaufen? Ich habe ihn gesehen. Er ist weiter vorgelaufen. Er zieht sich zurück, ne? Oh, ja. Ich traue den Frieden nicht. Wir sind ganz da hinten. Oder war das das Gap? Nee. Aber ich muss erst mal weg. Ich muss noch zusammenflicken. War das ja ein Teil der Garant ist? Ja. Aber, nee. Ich weiß es nicht. Das sah nicht so aus, als hätte er einen Helm aufgehabt. Ich glaube, der auf uns geschossen hat, hat er den Helm aufgehabt. Naja, Wahnsinn. Ich bin wieder ein Stück vor. Ich hänge hier ein Gebüsch gegenüber von diesem Mischer. Von diesem Betonmischer. Ja. Warte mal. Hier kommt auch was, Benji. Das bin ich. Das bin ich. Nee, nee. Hinter mir. Springt was im Felsen. Über mir. Zwei. Ich bin unten im Gebüsch. Mhm. Ich glaube, einer ist oben. Einer läuft rechts rum. Es sind zwei Leute. Was heißt denn rechts rum? Ja, wenn du jetzt hier in meine Richtung guckst. Rechts vom Betonmischer da so. Also sie sind hinten am Wasser. Ich glaube, da hinten ist ja das Meer. Ja, genau. Da laufen die da. Ja. Und da sind die jetzt, glaube ich, auch hingelaufen. Da stehst du. Ich habe gerade hingesehen. Laufen Richtung Norden. Gut, dann flick ich mich jetzt mal zusammen. Flick dich erst mal, genau. Ich glaube, die Flasche wird nicht alt. Ja, aber ich muss ein bisschen auf die Bremse drehen. Nicht, dass ich hier nicht mehr streamen kann, weil ich total zugelötet in der Ecke liege. Das war lustig auf jeden Fall. Also ich sehe sie nicht mehr, aber ich bin mir nicht sicher, dass sie noch weg sind. Vielleicht kommst du mal langsam über die Straße. Jetzt regnet es auch noch. Mhm. Also ich bin wieder fertig geflickt. Vorbeigeflickt. Na gut. Dann gehen wir hoch zu dem Lager, hä? Warte, 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 hier kommt gerade was. Von wo? Tunnel? Wie noch? Wie noch? Der kommt jetzt hoch zur Straße gelaufen, Matze. Der ist oben an der Straße. Welche Richtung? Richtung Norden. Ach so. Ah, okay. Deine Bus. Aha. Der kommt in deine Richtung. Rennen. Rennen wir im grünen, ja? Ja, der ist jetzt bei dir drüben. Benji, schieß mit. Okay, da ist Minus. Gut, dass ich dich hatte, aber. Wollen wir kurz antippen? Ja. Na, du hast den ganzen Luten, du hast ihn ja umgelegt. Ja. Mein Bein schon wieder weg? Ne, der Arm ist weg. Alles weg hier. Ja. Er hat nur noch 3. Er hat nur noch eine Heilung in der Wild. Heilung? So eine Käsescheibe. Ja, nehme ich. 2 hat er sogar. Oh cool. In seiner Weste drüben. Mhm. Der hat eine AESA. Alter. Der beißt sich in den Arsch, das arme Schwein. Aber richtig. Die wird auf meine Seite drüben. Mhm. Ach, lass mal den Armschwein hier sein Zeugs. Ja. Gibt es da eh nicht wieder? Ja, ich meine Pistole und so ein Kram. So, genau. Mhm. So, ich heile mich aus ner Paprika. Mhm. Gehen wir schon mal gegenüber auf die Anhöhe? Ja. So, auf Metall ja, ne? Ja. Und dann soll man vorerst ein Auto? Ja, ich seh dich. Hätte ich gemacht, ja. Mhm. Bei uns knallt's. Bei uns knallt's. Ich hab's mir hochgefahren. Stören wir meinen Stream mit dem Gewummer. Diese Idioten. Du musst hier einfach reingehen und links. Okay. Einfach. Da liegen die Leiche um innen so. Was? Die waren ja da hinten hier an der Land. Hast du es geklingelt? Nö. Muss ich die markieren? Nö, ja. Du bist hier vorne hin und dann wieder raus. Muss ich mal... hier mal gucken. Task. Lost Contact. Ah ja, Survive and Exit jetzt. Gut. Müssen wir wieder hier runter. Mhm. Was war das? Hast du es gehört? Ja. Du nimmst den Soundpack. Die haben ja geknallt, die Idioten. So. Mhm. Hier geht's glaub ich nicht runter. Hier ist der See. Warte, wir müssen hier wieder runter. Irgendwie. Meine Mapkenntnisse sind auch noch nicht perfekt. Naja, aber besser als meine. Oh, Alter. Boah ey. Diese Vollidioten. Gerade wenn du Darkoff spielst. Ich bin jetzt gerade so erschrocken, Alter. Du denkst ja, es schießt einer, weißt du? Ja, ja. Da war einer am NG. Mhm. Das sind glaube ich diese Ropes, die schießen dann automatisch auf dich, wenn die das sehen irgendwie. Mhm. Muss jetzt kein, muss kein Spieler sein. Mhm. Das ist an diesem, wo ich letztes Mal als Kefter verweckt bin. An diesem Camp, an diesem Straßencamp. Ja, genau. Und da hab ich's ja ja gesehen nochmal nachträglich. Also im Spiel selber hab ich's nicht gecheckt. Mhm. Aber als ich mir das nochmal anguckt habe und geschnitten hab, dann hab ich ja gesehen, da saßt am MG. Du darfst da nicht zu nahe kommen denn? Also wenn du jetzt Jusek bist. Ich auch nicht, als Jusek. Jusek darfst du den nicht zu nahe kommen. Als Kefter darfst du den, glaube ich, auch zu nahe kommen. Also du darfst nicht so nah an diese stationären Waffen ran. Den brauch ich gar nicht. Dann werden sie böse. Mhm. Also vermutlich jedenfalls. Vielleicht. Stand vorne noch. Hinter uns war auch jetzt ein Schuss, oder? Mhm. Sind auch noch Gefs. Also dahin ist noch der Weihnachtsbogen. Ah. Die da auch gerade rum ist, ne? Mhm. Boah. Wenn wir unter dem Wasser lang gehen, aber das ist mir irgendwie nicht. Mhm. Aber ich glaube jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Bleibt uns nicht mehr weiter übrig, ja. Ja. Oh, dann kommen wir hier hoch. Bin jetzt schon. Was? Da kommen welche am Strand. Oh ja, ich sehe es. Ich weiß nicht, ob sie mich gesehen haben. Mist, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen näher ran lassen sollen. Mhm. Jetzt war ich der Idiot, der zu früh geschossen hat. Was abcampen oder wollen wir weiter? Ich habe eigentlich eine coole Pose hier oben. Was war denn das? Bei mir ist noch einer Benji. Ach Mist, das war ein Skeftspieler. Den einen habe ich noch rumgelegt, aber sein Kumpel ist noch da. Bis zum nächsten Mal.